Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Crafty Tech Rückblick Und heute befinden wir uns, Leute, in der Welt von Crafty Tech 4 Ihr seht schon vor mir hier die berühmte Wahlurne von Crafty Tech 4 Und zwar war Crafty Tech 4 die erste Staffel, in der es so richtig mit Roleplay in Crafty Tech losging Zu Beginn für meinen Geschmack noch lustig gewesen Aber später hat das für mich eine sehr starke extreme Richtung entwickelt, wo ich keinen Bock mehr drauf hatte Aber das mit dem ganzen König, diese ganze Roleplay-Geschichte, wo ich noch involviert war Das war alles sehr lustig, daran muss ich mich immer zurückerinnern, wenn ich an Crafty Tech 4 denke Und viele sollten wahrscheinlich auch noch die Crafty Tech 4-Folgen kennen Wo es um die Königsgeschichte geht, sag ich mal Aber auf jeden Fall, Leute, war diese Staffel sehr, sehr wild Vor allem, weil wir hier auch Resource-Packs hatten, beziehungsweise Data-Packs oder weiß ich gar nicht Was das jetzt genau, ich glaube das waren Resource-Packs, die einige Sachen erlaubt haben Die ja schon Vanilla waren, weil sie ja durch Minecraft Vanilla Mechanics erschaffen wurden Aber wir hatten beispielsweise Stühle in dieser Welt Oder Custom Workbenches, die ja leider jetzt nicht mehr richtig geladen werden Weil sie ja eben, ja, weil ich dieses Resource-Pack ja nicht mehr habe Oder das Data-Pack, was auf dem Server da war damals, keine Ahnung, was das genau war Aber Leute, genug geschnackt Schauen wir mal, was hier denn so alles abging Vor allem zu Beginn erstmal meine Base Möchte ich gerne sehen, Leute, ihr wisst ja Hier war, glaube ich, ungefähr der Spawn Also das hier ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das hier so auf natürlichem Wege war am Anfang Heftiges Schiff, was steht hier? MS Unfähig, okay, das kann ja nur für ein Early sein Und was dieses Redstone-Konstrukt hier ist, weiß ich leider auch nicht Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern Cut es raus Aber auf jeden Fall, wenn man hier lang geht, dann sehen wir hier oben schon Dieses Konstrukt, Leute Diese Burg Ist Von mir Das war tatsächlich meine Base Die konnte man, wenn ich mich auch richtig erinnere Konnte man die hier zum Beispiel, hier sieht man das Das ist, glaube ich, so ein Custom Crafting Table Naja, ihr seht ja, wie das aussieht mit einer Schere Und ich schätze mal auch einem Armor Stand Hallo? Ja, ich schätze mal mit einem Armor Stand und so Wo hat das der Halbzwilling, der Noah, hat das damals gemacht Und das war alles eigentlich relativ nice Ähm, wie kam man nochmal hoch zu mir? Ich glaube, das war irgendwie hier Genau, guck mal, hier haben wir das schon Das heißt, das ist vom Baloui die Base Das heißt, wenn man hier lang gelaufen ist Dann kam man zu meiner Base Ah, ich habe Autojump an, nice Und wieder mal Erblicke ich meine Gebäude an Meine Sachen, die ich gebaut habe Und denke mir nur so Was habe ich mir dabei gedacht? Warum habe ich so viel mit Cobblestone vor allem gebaut? Also wirklich Cobblestone Oakwood Also richtig, richtig Stunny So, und dann kommen wir hier Ich glaube, das hier Liebe Freunde der Sonne Ist von Eve Oh, guck mal, Weihnachtsgeschenke Schöne Festtage wünscht G-Time Oh, gönn, gönn Pro Weihnachten wünscht Polizeichef Early Boy Genau, oh, Nether Early, das war wahrscheinlich für Early War das krass, dass der damals zwei Nether Rack hatte Und ebenfalls Alte Textur Die ist so hässlich, ne? Und, ähm Zinos, alter Emeralds hatten ja auch Eine ganz andere Textur Lol Wild, Leute Wild Das ist aber auf jeden Fall, glaube ich, von Ähm Eve, die Base Wenn ich mich richtig erinnere Ich freue mich auf das Picknick Gelbe Blume Ich glaube, das ist tatsächlich von, ähm Ja Von Eve, die Base Und der ein oder andere Zuschauer Der damals Craft Deck 4 miterlebt hat Der weiß Rotpilz Eve Goldene Hochzeit Die ist das Ananas Und Leute, ich sehe schon, da oben ist der Spawn Das war die erste Season Wo wir eine fliegende Insel als Spawn hatten Da fing das alles an Und mit den Elytra Launcher Von dem Von der, ähm Vom Spawn und so Das war alles hier, äh Hat alles hier ihren Ursprung gefunden Ja, hier war eine fliegende Insel Hier habe ich mein Holz gezüchtet Hier steht auch JBs und Kungas Insel Ich glaube, JB hat diese Staffel nichts gebaut Ich bin mir nicht sicher Äh, I don't know Aber hier habe ich auf jeden Fall, ähm Ja, wie ihr seht Fichtenbäume gezüchtet Die noch nicht so einen hässlichen, äh Grasboden um sich erzeugt haben Aber die Textur ist auf jeden Fall noch alt Die ist noch sehr dunkle Also es war ja bis jetzt in Craft Deck 1, 3 und 4 ist das jetzt so Aber habe ich nie aktiv erwähnt Aber das Holz ist hier noch so Dunkel und, äh, bisschen hässlern Muss man sagen Ja, und hier auch JBs, Kungas Insel Ja, Leute, da Hier ist die Kirche Goldene Hochzeit, sage ich nur Naja, aber gehen wir erstmal Viel wichtiger Gehen wir erstmal meine Base abchecken Was habe ich mir diese Season wieder erlaubt zu bauen Ohne mich zu schämen Haben wir hier irgendwas versteckt, ich kleiner Gauner Aha Aha, interessant Okay, wir gehen erstmal wieder eins nach oben Und, Leute Ich glaube sogar Diese Season Wenn man, wenn ich mich richtig erinnere Haben wir in dieser Season War das schon Haben wir dann schon hier Mit Gaming Maniacs gestreamt Diese Base hier mit dem Manulzen Ich bin mir grad gar nicht mehr sicher Hier sind auf jeden Fall Frohe Weihnachten von Early Early schenkt halt nie was Oder halt nur Müll Bisschen grausam Krass, Leute Guckt euch mal die Texturen an Von Weed ist ganz anders Ja, Grand Night müssen wir gar nicht Eimer ist ganz anders Krass, ey Alter, wie sah Redstone aus? Hatte Redstone schon immer so eine Textur? Alter, die ist ja ein bisschen Müll Krass, Leute Sternenstaub Nicht von dieser Welt Aha Tricksereien hier Das waren alles, wie gesagt Roleplay fing hier schon sehr stark an Meiner Meinung nach war das dann schon ein bisschen Auch Später wurde, glaube ich Der Enderdrachenkampf Sogar neu programmiert Als Plugin und so Und das war, fand ich Für Craft Detect Dann schon so ein bisschen zu krass Deswegen ist dann ja auch Empire entstanden Wo es ja wirklich nur um Roleplay dann ging Ähm, genau Das müsste von Manulzen die Base sein Und ich glaube Ja Von, ähm Hier war doch sogar ein Huhn ansässig Oder nicht? Und ich glaube Das haben wir doch in den Gaming Maniac Streams gebaut Oder irre ich mich? Bin ich da gerade Komplett falsch in der Zeit? Kann gar nicht sein Das kann gar nicht Gaming Maniac Streams sein Oder? Moment Leute Lasst mich mal was nachschauen Okay Leute Ich habe gerade nachgeschaut Wann Craft Detect 4 war Das war Ende 2016 Bis Ende 2017 Und das war ja wirklich Die Gaming Maniacs Zeit Und gerade Komme ich ein bisschen Nicht klar da drauf Wie lange das schon her ist Das ist heftig Leute Lass mich hier raus Gut Leute Aber Ich habe nicht umsonst Hier mir Forge installiert Und die Replay Mod Ich würde sagen Bevor wir in meine Base gehen Gibt es ein paar Timelapses ande Dren kauMain Okay BK Dren Und 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 La Gut Dren � Okay, okay, Leute, ich würde dann sagen, gehen wir hier mal die Treppen hoch und schauen, wo wir hier landen. Also das war die Base von Manuels und die haben wir tatsächlich während Gaming Maniacs auch gebaut. Ich finde das krass, dass in dieser Zeit so viele neue Staffeln gekommen sind. Und wild, Leute, wild. Aber auf jeden Fall, gehen wir erstmal hier den Tower hoch. Wundert euch nicht, wenn irgendwo bei mir in der Base einfach mittendrin so komische Sattel schweben mit Scheren. Wie gesagt, ich habe das Resource Pack ja nicht, was damals Custom Blöcke und Custom Entities, sage ich jetzt mal, angezeigt hat. Ja, das waren dann nämlich diejenigen, die ihr gleich sehen werdet. Da ist, glaube ich, JB Space. Also der hat zwar nicht viel geschafft, aber der hat hier auf diesem Berg, glaube ich, gelebt. Das war, glaube ich, schon JB. Schade, dass der nicht so viel gemacht hat, die letzten beiden Seasons, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und hier kommen wir rein, Leute. Hier ist mein Hundi. Was geht ab, Hund? Du kannst mitkommen, ich erlaube dir. So, Ender Chest, nichts drinne leider. Wir haben hier ebenfalls einen Turm, wo es aber, glaube ich, auch nichts zu sehen gibt. Ah, außer Hundi. Hallo, was geht? Und ja, ihr seht ja, ich habe hier, ich habe immer so ein bisschen gefeiert, so mit Büschen zu arbeiten, Weins und so, dies, das. Und ja, wenn man hier reingeht, kommt man erstmal, ja, hier, wie gesagt, ne, das ist hier, ähm, was ich meinte. Das waren eigentlich Custom Stühle. Custom Stühle, die auch eine eigene Textur hatten und alles mit Armor Stands, aber leider, äh, eigene Models hatten. Aber leider ist das, ja, gibt es das nicht mehr, dieses Resource Bag und deswegen sieht das Ganze so aus. Ja, hier gibt es, äh, schöne Öfen, Cauldron, dies, das Ananas und, alter, wie sah Brot aus. Heftige Texturen damals gewesen, Leute, heftige Texturen. Genau, dann war hier die Brücke zum JB. Oh nein. Aha, guck mal, hine an. Schön, oder? Heftig, wie ich gelebt habe einfach. Wie ich gebaut habe, kann man gar nicht mehr vergleichen. Craftec 7 und Craftec 8 ist bei mir komplett andere Zeiten, was Bauen angeht, wirklich angesagt. So, auf jeden Fall ist da links ja die Küche gewesen, hier rechts ist, ähm, ja, hier sollte, wie man sieht, eine Bibliothek hin. Ist mir auch, äh, relativ gelungen, fehlt natürlich ein bisschen was. Gucken wir mal, was hier noch ist. Es geht auf jeden Fall nach oben und nach unten. Hier unten ist mein Lager, wie man sieht. Läuft bei mir. Rüstung, Priority Protection, Waffen. Aha. Reichtum, Leute, hier. Hier habt ein reicher Mann gelebt. Ach, mit 8 Obsidian. Gravel. Blindflint, auch noch ganz andere Textur. Heftig. Stonebricks. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Krass, oder wie man damals einfach ohne automatisches Lager gelebt hat. Könnt ihr heute gar nicht mehr. Heute, Craftec 9 Season, direkt einer der ersten Ziele. Automatisches Lagersystem, Leute, sonst lohnt nicht. Ist halt wirklich so. Na ja, aber hier unten im Keller gibt es auf jeden Fall nicht mega viel zu sehen. Dann schauen wir mal, was hier oben ist. Okay, hier seht ihr nämlich wieder so ein Custom Crafting Table. Ja, leider geht das nicht. Und, ähm, ja, ah, guck mal hier. Ah, reicher Mann. Kohle ist auch ein bisschen anders, die Textur. Ja, und hier war mein Thronsaal, Leute. Hier saß ich auf dem Thron und habe regiert über die Craft-Attack-Welt. Und hier, vor mir waren eigentlich ganz, ganz viele Stühle. Also, was ihr hier gerade seht, die ganzen Sattel, das waren alles eigentlich einzelne Stühle. Das sah eigentlich richtig nice aus, aber, na ja, hat wohl irgendwie, ähm, ja, mit dem Resource-Pack leider ja nicht geklappt. Aber das sah damals richtig cool aus. Wer es gerne sehen möchte, ihr könnt gerne meine alte Craft-Attack-4-Playlist anschauen. Da ist nämlich so einiges, ja, zu sehen. Da seht ihr dann noch alles, was passiert ist. Dies, das, Ananas. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch schon mit meiner Base, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich, also klar, ich habe dann noch hier mit dem, äh, mal Nulzen. Haben wir hier noch sein Feld gehabt und hier natürlich ein paar Öfen. Was haben wir hier? Ah, hier ist das Huhn. Leute, ich habe doch eben gesagt, hier gibt es so einen Huhn. Das hatten wir bei dem im Haus und hier ist es einfach. Das Huhn lebt noch. Krass, ne? Das ist so krass, Leute, dass das die Gaming-Maniacs-Zeiten waren. Wie kommt das so ewig lange vor? Ah, lange her vor. Glas, oh, hier wurde Glas gebrannt. Glas-Textur auch noch Schmutz damals gewesen, Leute, wirklich. Aber Connected Textures war schon am Start. Oder liegt das jetzt mal im Opti-File? Keine Ahnung, auf jeden Fall Glas viel zu, viel zu viel Punkte. Ja, und dann hatten wir hier das Feld. Das Feld des Nulzens. So, und jetzt frage ich mich, habe ich noch hier irgendwas gebaut? Diese Brücke? Weiß ich gerade gar nicht, ob die von mir ist. Ich weiß, dass die Eve auch mal hier irgendwo so eine Dirt-Brücke hat, aber die ist weg mittlerweile. Da ist noch so ein Herz. Ja, Leute, und ihr seht, hier auf dieser Welt gibt es auch mega viel noch zu sehen. Im genaueren Darleine Fischer-Mäh. Ich fliege jetzt mal zum Spawn. Ihr seht da auch, rechts gibt es viel zu sehen. Und das war der Spawn, Leute. So, was haben wir hier? Was kommt hier? Revi 11, Dena 4, Kunge. Ach so. War das das Wahlergebnis? Läuft bei mir auf jeden Fall mit 0 Wählern. Allium, gibt es die Pflanze immer noch, die Blume? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, genau, Leute. Und hier seht ihr, hier war die ganze Comment-Block-Action am Start. Guck mal, hier sind sogar noch die ganzen Befehle drin. Verrückt. Guten Morgen. Wenn einer gepennt hat. Krass, ne, Leute? Hier ist die ganze Action am Start. Einfach nur wild, Leute. Einfach nur wild. Da hat der Noah sich sehr viel Mühe gegeben, auf jeden Fall. Und ja, Leute. Das war es auch eigentlich schon mit dieser Folge. Wir sind auch schon wieder am Zeitlimit angekommen. Wenn ihr... Oha. Guckt mal, da hinten. Gibt so viel noch zu sehen, was ich selber noch alles gar nicht kenne. Weil ich die Staffel ja natürlich wieder nicht bis zum Ende durchgezogen habe. Aber, Leute. Wenn ihr sehen wollt, was es noch so schön ist, hier auf dieser Craft-Tech-4-Welt gibt, auch eine sehr, sehr wilde Season gewesen. Die rote Hochzeit. Dann das mit dem König. Der Sturz des Königs. Dann kam ja später noch, wo ich dann nicht mehr dabei war, die Mauer. Da war ja dann ja dieser Game of Thrones-Hype. Dann haben die das ja hier so ein bisschen nachgespielt. Beziehungsweise sich inspirieren lassen davon. Wilde Season gewesen, Leute. Wenn ihr Bock habt, vor allem auch nochmal die Mauer zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Das wäre mal interessant, die zu finden. Aber wenn ihr Bock habt, das alles zu sehen, das alles zu suchen und mit mir anzugucken, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Einen Kommentar. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, abonniert ihn gerne. Aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder in einem meiner Streams, Leute. Montag, Donnerstag und Freitag um 18 Uhr bin ich live. Twitch.tv ist gleich Kunga. Lasst gerne auch da ein Follow da. Und ich würde sagen, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.